Bist du irgendwas? Oh, der hat ja bescheidene Waffen, ganz ehrlich. Okay, drei Ziele. Okay, drei Ziele. Da ist Risiko. Da würde er direkt durchrennen. Wir gehen das Ganze mal. Wir müssen ja noch nicht schlafende Hunde wecken, ne? Das muss ja noch nicht sein. Weil es ist verdammt weit weg. Da oben ist auf jeden Fall was. Und da ist ein Raum. Okay, da gehen wir mal hin. Mach mal. Wembley, okay. Wir haben was erhalten. Sollen wir rechts sein. Das ist natürlich doof. Wir haben keine Aufklärung, ne? Wir haben so ein Bürogebäude hier über uns. Okay, du machst Feuerschutz. Akrobat. Nicht Advokat, sondern Akrobat. Da ist der Feind nicht Agent übrigens irgendwo. Ah, das ist kritisch. Würde mich gerne dahinter verstecken. Kann ich auch. Und das Ganze mal... ...sichern. Wir warten mal ab. Mhm. Eins, zwei sehe ich da oben. Äh, 51 mit der Kopfschuss. 64 ist aber laut. Das schafft er nicht. Fähigkeiten. So, Beschleuniger. Pfeift er mal rein. Ja, wir kommen da aufs Dach. Problem ist... Aber definitiv... dass ich den nicht wegputze. Das schafft er nicht. Egal, wir probieren's. Ja, jetzt natürlich... ...Polen offen, sag ich mal. Okay. Du bist jetzt offen. Du gehst rein. Voller Angriff. Voller Angriff. Egal. Aha. Äh, ausschalten optional. Ähm... Kopfschuss 120er. Gestreift. Ich werde irre. Nochmal. Nochmal gestreift. Sag mal, weißt du, aufs kürzester Distanz und der kriegt den nicht runtergeknüppelt oder was. Jetzt reicht's aber langsam. Nehmen die Cobra. Ausgewichen. Irre. Sieben Schüsse. Wie willst du denn das wegmachen? So, okay. Haben wir auch. Und nochmal. Okay. Mikrofilme retten. Äh, Mikrofilme retten. Mikrofilme stehlen. Natürlich. Alter, von hinten abgeknallt. Das ist schon fies. Okay. Okay, du kannst jetzt mal Feuerschutz geben. Nachruf. Äh, wir müssen da hoch. Mach mal. Okay, den sollen wir freiräumen. Da oben ist dann noch eine Abteilung. Uh, der habe ich ja gar nicht gesehen. So, bäm. Das hat geklappt wiederum. Ne, also manchmal klappt es einwandfrei. Und dann hast du wiederum, äh, solche Heldenaktionen wie eben. Excellent idea. Also, du kannst mir sagen, was du willst. Das Spiel ist nicht wirklich ausbalanciert, weil das ist... Ja, manchmal ein bisschen doof, halt. So, da ist ein Mikrofilm. Der andere Mikrofilm muss auch irgendwo sein. Einer ist da. Kann auch nicht weiter rauszoomen jetzt. Das tut mir leid. Ah, komm. Dahinter. Äh, Mikrofilme. Das sind doch nur einer. Ach nee, einen haben wir schon. Okay. Alles klar, Kumpel. Du gibst bitte mal Feuerschutz. Auf geht's. Okay. Okay. Was für eine Sprache, ey. Alles klar, du. Bleibst mal hier auf. Nachruf, du musst da irgendwie hin. Wie kommen wir denn da hin? Da ist kein Weg. Da ist ein Weg. Da können wir durch. Machen wir mal auf die Tür. Mh, verschlossen. Oh, ich habe kein Dings. Ah, ernsthaft? Okay, jetzt muss ich wirklich da durchrennen. So, mach mal. Getarnte Miene. Oh, schön. Wodka. Okay, jetzt müssen wir nur zunehmend noch einmal nach oben kommen. Man muss ja auch einen Weg geben. Damit wir an die letzte Dings rankommen. Gucken wir mal. Ah, hier ist doch. Ah, komm, komm, nach oben. Ah, da ist es doch. Sehr gut. Team. Das, 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 das. Ich glaube, wir nehmen das hier. Evac inbound. Okay. Äh, wo bist du, mein Freund? Äh, Feuerschutz. Wodka muss runter zu ihm hier. Ja, du musst irgendwie dich hier bewegen. Und zwar schnell. Komm, schau'n. Tippe, 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 tippe. Okay, alles klar. Ähm. Feuerschutz und abwarten. Diakon. Okay, du musst mal raus. Und mal das Ganze hier so ein bisschen sichern. Du hast echt beschissene Waffen bei dir. Nachruf. Ach, Nachruf. Wo bist du denn? Ach, du bist da oben, ne? Tja, wie bringen wir dich jetzt runter? Am besten da. Ein bisschen flotter. Okay, bring dich mal safe. Sehr gut. Und jetzt Feuerschutz. Akrobat steht hier ganz hinten alleine. Okay, gehen wir da hin. Okay, bleibt noch Vodka. Alles klar. Auf geht's. Okay, Risiko, Risiko. Kopfzug bei Händen. Wir gehen jetzt auf Risiko. Ich glaube nicht, dass die so schnell an uns an uns rankommen. So. So. So, da kommt's. Und tschüss. Uiuiuiui, hat gut geklappt. Ja, es ist doch sehr verworren alles. Was haben wir denn da? Die Wamblay, 10 bis 100 Damage. Kopfschuss, 13 bis 130 Damage. Getarnte Mine, legt getarnte Minen aus. Die Feinden und Zivilisten Schaden zufügen. Beendet nicht die Infiltration. Okay. Ja, sehr schön. Aber läuft doch. Hier ist was Neues. E-Tripolis. Okay, nächster Einsatz. Brillanter Abhang. Ein feindlicher Agent setzt seinen Suchtrupp aus Spezialisten ein, um unser Hauptquartier zu lokalisieren. Wenn er damit Erfolg hat, gefährdet das unsere Aktivitäten in der Gegend. Stellen Sie sicher, dass keiner der Eindringlinge es nach Hause zurückschafft. Nehmen Sie den feindlichen Agenten, wenn möglich, gefangen, damit wir ihn verhören können. Machen wir. Probieren wir. Machen wir mal da. Weiß nicht, wo die Typis sind. Schauen wir mal. So. Okay. Töten oder gefangen nehmen. Das ist ja auch interessant. Ich weiß noch nicht mal, wo die Typis sind. Hier sind zumindest Geheim... Äh, äh... Dingsbums. Dokumente. Die wir hervorragend gebrauchen können. Warum kommen wir hier nicht rein? Da war doch schon wieder was. Ich hab da was gesehen. Müssen wir mal zurückgehen. Was ist denn das für einer? Ein typischer Soldat. Okay. Der ist down. Ich geh mal reingucken, was hier los ist. Was für einer? Noch ein libyscher Soldat. Ah. Hervorragend. Zwei von sechs. Okay. Alles klar. Du kannst jetzt mal aufpassen. Yes, really. So. Mal gucken, wo wir hier reinkommen. Machen wir uns das hier holen. E-I-W. Was immer das auch bedeutet. Ich weiß noch nicht, wo die Typen sind. Weil wir haben keine taktische Aufklärung, ne? Es ist... Wirklich stochern im Dunkeln. Oh, da geht's ja weit weg. Leider etwas... Okay. Hier hinten ist auf jeden Fall die Zentrale für das... äh, für die Überwachung. Die holen wir uns jetzt mal. Upsala. Lass mal ausschalten. Okay. Sehr gut. Ähm... Weiß nicht, ob hier was ist. Könnte aber. Könnte auch was sein. Bisschen Aufklärung betreiben. Mal schauen. Was sich so tut. Hey, da drüben ist noch ein Häuschen. Da könnte man hingehen. Das machen wir auch. Oh, oh. Das ist der Agent. Agent Samurai. Samurai. War der nicht bei uns auf der Dings? Fähigkeiten ausschalten. Geht nicht. Okay, wir wollen das. Alles klar. Holen wir uns das jetzt. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist denn der Samurai? Gehen erst mal rein. Ich glaube, der war ja oben. War Samurai war der nicht von uns? Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist das Problem. Okay, was ist das? Und man sieht ihn auch nicht. Ich bin einfach. Johann ist erz紅. 맞 Waar nivelte ich ja oben auf? Weil uns auch beim Autoren�um болt gerne. Das ist ja. Kommt.